Die Sterne des Deutschen Tourismusverbandes sind ein bundesweit einheitliches Qualitätszeichen. Signalisieren, diese Quartiere sind offiziell geprüft und in der jeweiligen Kategorie für gut befunden, sagen mehr als tausend Worte. Das ist sicher. Bewertungen helfen dem Gast bei der Buchungsentscheidung. Sicher ist aber auch, Bewertungen von heute sichern keine langfristig positive Qualitätsentwicklung der Unterkunft. Unser Zeitalter ist digital. Alles ist transparent und vergleichbar. Daher sollten Vermieter die Qualität stets im Blick behalten. Denn sie ist der beständige Faktor, der zur Zufriedenheit der Gäste und somit auch zukünftig zu positiven Bewertungen führt. Die Gäste erkennen auf einem Blick, welche Qualität ihre Unterkunft bietet und ob sie zu ihren Ansprüchen passt. Darum sind die Sterne für Gäste eine wichtige Orientierung bei der Auswahl der Unterkunft. Je nach Anzahl der Sterne werden unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Stimmen Erwartungshaltung der Gäste und die Qualität der Unterkunft überein, sind die Gäste zufrieden, schreiben positive Bewertungen und kommen gerne wieder. Urlauber können auf den Ferienhausportalen direkt nach Sterneunterkünften suchen und sich ausschließlich sterneklassifizierte Unterkünfte anzeigen lassen, also auch ihre Unterkunft. Sterneunterkünfte haben nachweislich weniger Beschwerden. Die Gäste sind zufriedener. Sterneunterkünfte lassen sich besser vermieten. Auf dem Ferienhausportal von Bestfevo zum Beispiel wurden Sterneunterkünfte ca. 42% besser gebucht. Sterneunterkünfte erzielen einen besseren Mietpreis von 10% pro Quadratmeter. Vermieter erhalten von unabhängigen Prüfern wertvolle Hinweise zur Optimierung und Vermietung ihrer Unterkunft. Sie möchten mehr über die Sterneklassifizierung für Ferienwohnungen, Häuser und Zimmer wissen? Dann besuchen Sie die Internetseite www.deutscher-tourismus-verband.de Hier finden Sie ausführliche Informationen rund um die Sterneklassifizierung.